Hallo, schön, dass du heute reingeschaltet hast. Mein Name ist Amanda Nendwig, ich bin klinische Psychologin und möchte heute über das Thema Burnout sprechen und darauf eingehen, woran wir erkennen können, ob wir Burnout gefährdet sind, in welchem Stadium wir womöglich schon sind und was man tun kann, um einem Burnout bestenfalls vorzubeugen. Begehen wir mit der Frage, was ist überhaupt Burnout? Burnout ist im Grunde ein Störungsbild oder ein Komplex an Symptomen, der gar nicht so leicht zu greifen und auch nicht wirklich leicht zu erkennen ist. Diesem Störungsbild wird unter Psychotherapeuten oftmals auch nachgesagt, es sei so ein Szenebegriff, und so gesehen, kann in einer regulären ärztlichen, psychotherapeutischen Behandlung noch nichtmals die Burnout-Diagnose gegeben werden. Denn Burnout ist im Grunde so ein Komplex an Symptomen, der zu Krankheiten führen kann, aber in erster Instanz ganz zu Beginn noch nichtmals ein klares Krankheitsbild darstellt. Vielleicht gehe ich an dieser Stelle für das nähere Verständnis mal auf die Entstehungsweise von einem Burnout-Syndrom ein. Man kann sich vorstellen, dass alle Menschen, die arbeiten, grundsätzlich natürlich ein naturgegebenes Risiko für ein Burnout haben. Denn letztlich spielt bei einem Burnout eine der wesentlichsten Rollen die äußerliche Anforderungen. Das heißt, äußerliche Stressoren, Herausforderungen. Und bei unserer aktuellen Berufswelt, wo doch durchaus an den Menschen viele Anforderungen bestehen und an vielen Stellen auch mal ein Ellenbogendenken vorherrscht und vieles auf Leistung und Profit optimiert wird, besteht grundsätzlich erst mal ein Risikofaktor, wenn man einen hohen Arbeitsstress hat. Und dann kommt eine mindestens genauso wichtige weitere Variable ins Spiel, nämlich unsere Art der Bewältigung, mit dem Stress umzugehen. Unsere Fertigkeiten, mit Gefühlen des Stresses sinnvoll umzugehen, zu wissen, wie wir in eine Entspannung kommen. Und diese beiden Säulen, der äußere Stress und unsere inneren Fähigkeiten, Stress zu regulieren, die bilden ein Zusammenspiel und zeigen am Ende, wie wir mit der Jobsituation oder auch mit Familie und Kindern zu Hause umgehen können und wie gestresst wir sind. In unserem Körper läuft bei Stress eine ganz klassische Reaktion ab. Es fängt damit an, dass in unserem Gehirn gewisse Hirnstrukturen aktiv werden, die Amygdala, der Hypothalamus, Hypophyse und diese Hirnstrukturen schicken Signale an unsere Nebennierenrinden, wo Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin ausgeschüttet werden. Und das ist erst mal eine gute Reaktion, denn durch Stress, durch eine gewisse Anspannung können wir Aufgaben bewältigen. Das war schon immer so. Schon in der Steinzeit hatten Menschen Stress, wenn sie auf der Jagd waren und konnten dadurch schneller laufen und besser kämpfen und gut überleben. Diese Stressreaktion hat die Eigenschaft, bestenfalls zu funktionieren, wenn sie kurzfristig vorherrscht. Wir uns dann abreagieren, dann entspannen und dann wieder an die Arbeit gehen. Und das ist etwas, was bei uns in unserer Gesellschaft so ziemlich entartet ist, da wir allzu häufig unsere Arbeit gar nicht so klar vom privaten Abgrenzen, E-Mails nach Hause bekommen und nicht so richtig in die Entspannung kommen. Und man kann sich vorstellen, dass ein Burnout so langsam entstehen kann, wenn wir immer weiter in der Stressreaktion verharren und hängen bleiben. Und unter vielen möglichen Symptomen, die es geben kann, sind vier Hauptsymptome. Einerseits die Erschöpfung, das Gefühl, weniger leistungsbereit zu sein, schnell ermüdbar zu sein. Zynismus, das heißt so eine gewisse innere Distanz zu dem, was um uns herum passiert und so ein allgemeiner Zynismus auch vor allem der Arbeit gegenüber und dass man eben den Sinn in dem Ganzen nicht mehr so sieht. Und dann das Dritte ist, dass wir uns zunehmend ineffektiv fühlen, das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, wie Sisyphos, der immer den Stein nach oben rollen wollte, aber der immer wieder zurückgerollt ist. Und aber auch das Gefühl der Ohnmacht als viertes Hauptsymptom. Das Gefühl zu haben, wir können überhaupt nichts mehr ausrichten, wir sind hilflos und ausgeliefert. Wenn diese Symptome vorliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Burnout vorliegen könnte. Aber gehen wir mal auf die verschiedenen Stadien eines Burnout-Syndroms ein. Das Stadium Nummer 1 kann man bezeichnen so als Phase der Warnsymptome, dass man immens viel arbeitet und der Arbeit eine wahnsinnig hohe Bedeutung beimisst und powert und powert und überaktiv ist und die eigenen Bedürfnisse anfängt zu vernachlässigen. Das heißt, wenn vielleicht die Partnerin, der Partner schon sagt, hey, arbeitest ein bisschen viel, du schaust gar nicht mehr auf dich, das kann die Stufe 1 sein, in der quasi die weiteren Stufen vorbereitet werden, wenn wir da mit diesem Fokus auf der Arbeit und der Vernachlässigung unserer Bedürfnisse weitermachen. Stufe Nummer 2 ist, dass unser Engagement bei der Arbeit gewissermaßen schon so ein bisschen abbaut und die Konzentration schlechter wird bei der Arbeit, wir so ein bisschen ineffektiv werden und ja, die Dinge, obwohl wir es eigentlich wollen, gar nicht mehr so gut anpacken können. Das heißt, unsere Konzentration wird schlechter und komplexe Aufgaben werden ein bisschen schwieriger für uns. Das dritte Stadium ist das Stadium der Verflachung, bei dem wir gewissermaßen dieses etwas abgestumpfte und unkonzentrierte auch mit im privaten Bereich nehmen. Das heißt, wir haben weniger Motivation, schöne Dinge zu unternehmen. Wir konzentrieren uns weniger auf das, was um uns herum los ist und wir vermeiden vielleicht soziale Kontakte, weil wir eben so schlapp sind und sind insgesamt schon etwas pessimistischer. Das vierte Stadium ist das Stadium, in dem körperliche Symptome hinzukommen. Zum Beispiel Tinnitus, Kopfschmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen, häufige Infekte und Störungen des Immunsystems. Das heißt, hier fängt der Körper an, uns zu sagen, hey, es ist was los, ich habe ein Problem, schau hin. Und das fünfte Stadium ist das, in dem wir wirklich sehr hoffnungslos deprimiert sind und im Grunde genommen in eine Depression rutschen, die bis hin zur Suizidalität gehen kann, weil wir in dem Moment wirklich in dieser Stresshormonspirale sind, sodass auch weniger Glückshormone ausgeschüttet werden. Der Stress so chronisch ist, dass systematisch unsere Neurotransmitter am Körper so gepolt sind, und unsere Stimmung von sich aus ohne Therapie kaum eine Chance hat, besser zu werden. Das ist quasi so das letzte Stadium, wo wir dann schon bei der Depression als Krankheit und Folge des Burnouts sind. So, und jetzt kommt die Frage, wie kann man vorbeugen? Was kann man tun, um einem Burnout entgegenzusteuern, wenn man vielleicht schon ein paar waren Symptome bei sich wahrnimmt? Das eine ist, dass wir ganz, ganz, ganz realistisch und auch richtig ehrlich zu uns sein sollten, darüber, was unsere Grenzen sind. Wir sollten unsere Ziele hinterfragen. Vielleicht ist es unser Ziel, möglichst erfolgreich zu sein, eine bestimmte Position zu bekommen, aber wir merken, dass unsere Chefs uns nicht wertschätzen, immer mehr Arbeit auf den Tisch knallen und wir wirklich leer laufen, wie ein Auto, was nicht genügend Sprit hat und die Tankstelle immer einfach ein Stück zu weit weg ist. Und da müssen wir wirklich mal ganz, ganz ehrlich zu uns sein und merken, hey, das Fass ist hier in diesem Job immer wieder voll. Vielleicht bin ich doch zufrieden mit etwas weniger bei der Arbeit, mit einer Position, die was niedriger ist als die, in der ich gerade bin. Oder vielleicht sind wir in so einem Moment angehalten, mal mit unseren Vorgesetzten ein ganz offenes, aufrichtiges Gespräch darüber zu führen, dass wir eigentlich mehr positives Feedback brauchen, und dass wir Entlastung brauchen und unsere Begrenzung auch nach außen hin kommunizieren. Durchaus auch in unserer Familie mal sagen, hey, ich kann hier nicht alles machen. Kann mir nicht jemand auch, ja, helfen zur Seite stehen? Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Zeit für Freizeit und Muße brauchen. Und ich weiß, das ist in gewissen Lebenslagen sicherlich gar nicht so leicht einzubauen. Aber genauso wie wir uns wünschen würden, dass unser Auto fährt und fährt, ohne dass wir es tanken, müssen wir verstehen, unser Körper braucht Zeit für Muße. Und da können schon 10 Minuten am Tag wirklich Wunder wirken. Beispielsweise habe ich mir angewöhnt, seit ungefähr 3-4 Monaten morgens ein paar Minuten eher aufzustehen und 15 Minuten am Morgen zu meditieren. Und ich starte schon völlig anders in den Tag. Das heißt, das Einplanen von Zeit, in der wir wirklich für uns sind, wo auch die Familie uns nicht stört, das kann auch ein wichtiges Puzzlestück sein, um unser Burnout-Risiko zu reduzieren. Dann ein weiteres Thema, Schlaf. 7-8 Stunden wären super. Natürlich, wenn man schon in so einem Burnout drin ist, kann es sein, dass man unter Schlafstörungen leidet. Und da sollte man mit einem Arzt oder Therapeuten drüber reden. Denn man soll sich jetzt natürlich nicht stressend sagen, ich muss 7-8 Stunden schlafen. Das kann man nicht immer erzwingen. Es gibt gute Dinge, die man gegen Schlafstörungen tun kann. Aber wenn möglich, sollte man versuchen, 7-8 Stunden einzuplanen. Wenn das nicht geht, nochmal überdenken, wie kann man die Abläufe optimieren. Denn ausreichend Schlaf ist wichtig, um Stress abfallen zu lassen. Weiteres Thema, Bewegung, Sport, Aktivität. Da zeigt sich, dass ungefähr 2-mal pro Woche, am besten 2-3-mal pro Woche, knapp 30 Minuten schon echt super sind, um Stress abzubauen, um in eine Entspannung reinzukommen. Ähnlich wichtig auch, gesunde Ernährung. Ja, zu schauen, dass wir genügend Ballaststoffe, Vitamine, frische und nicht prozessierte Nahrung zu uns nehmen, um dem Körper was Gutes zu tun. Man zeigt gleich darauf achten, dass Genussmittel wie Schokolade, Alkohol oder Zigaretten eher als Genuss zu betrachten sind. Und ich kenne es von mir selbst sehr gut, wenn der Stress zu groß ist, dann will der Körper ganz schnell fixe Kalorien und dann habe ich auch schnell Hunger auf was Ungesundes, sei es was Frittiertes oder was Süßes. Auf die Dauer zieht das unseren Körper Energie. Also schauen, dass solche Genussmittel eher ungesund sind, nur als Genussmittel und nicht als Coping-Strategie auf Dauer genutzt werden. Und ja, ansonsten Kontakte mit unseren Mitmenschen. Kontakte zu Menschen, die wir mögen, auch wenn es uns schwerfällt. Auch das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten, es gibt noch etliches zu sagen, aber für heute als letzte Strategie, da dieses Video sonst viel zu voll gepackt ist, ist es noch als eine wichtige Strategie zu benennen, das Erlernen von Entspannungsverfahren. Sei es Meditation, PMR, autogenes Training, Qigong, das ist Geschmackssache, was einem gut tut. Und frag doch mal bei deiner Krankenkasse nach. Die haben in der Regel auch so Entspannungspräventionskurse, die sie subventionieren. Das heißt, ihr bekommt einen Großteil der Kurskosten erstattet, wenn ihr bei euren Kassen mal nachfragt, welche Anbieter in eurem Umfeld denn solche Entspannungskurse anbieten. Yoga kann darunter sein. Es gibt wirklich viele tolle Angebote, die diesen Switch von Anspannung hin zur Entspannung verschnellern können. Probier dich da aus und mach es dir zum Ziel, wieder in deine eigene Kraft zu kommen und den Stress nicht überhand gewinnen zu lassen. Du hast es in deiner Hand und wenn du das Gefühl hast, du hast es nicht mehr in deiner Hand, dann zögere nicht, mit deinem Arzt zu sprechen, der einen Psychiater hat zu suchen oder einem psychologischen Psychotherapeuten, um dich darin beraten zu lassen, wie du mit deinen Symptomen besser umgehen kannst. Ich wünsche dir dabei alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.